Ich bin der Präsident der Hannemannia. Wir sind einer der ältesten Patientenverbände hier in Deutschland und wir feiern heute unser großes 150 jähriges Jubiläum. Also die Medizin der Zukunft muss auf jeden Fall ein Zusammenarbeiten mit der integrativen Medizin sein. Wir brauchen hier die alternativen Medizinformen, wie zum Beispiel die Homöopathie, aber auch zum Beispiel die Akupunktur. Also wir brauchen die naturheilkundlichen Verfahren. Die chronischen Krankheiten in Deutschland nehmen immer mehr zu. Die Patienten sind auch immer älter und deshalb brauchen wir einfach komplementäre Medizin. Das, was mir hilft, das ist gut für mich.